hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 17 auf der northern alberta in der version 1 mit dem sachs netz player hallo wir sind noch hier fleißig am meter machen 50 meter pro bahn schon krass beide bahn im endeffekt zu früher das geht dann auch fix ich weiß gar nicht wie viel hektar dieses feld hatte das weiß ich gar nicht aber ich kann man über die bank auf hagen städte ich gucke einfach mal kurz 24 sind wir das sind 29,4 hektar wo das jetzt theoretisch in zwei folgen ja alle stunde also wenn man das jetzt 16 spielen würde ja gar kein problem nein 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 nicht umfallen was machst du denn das problem naja ich habe meine trinkenflaschen halt hier ja so in bis zwei liter bullen und wenn die voll auf den boden schlagen weil da habe ich den deppel kann ich mir wenn ich das nächste mal die die flaschen die flasche die bowling okay das ist ganz zufrieden sein dass ich im nebenraum bin weil unten drunter ist ihr schlafzimmer ich habe ein arbeitszimmer drinnen am netz wird spieler das glaube ich so das wird die schöne wiese richtig schöne wiese ich werde hier mal eine querbahn hoch ziehen und dann gucken wir mal weiter wir könnten auch diese jetzt ist das nächste oder was einfach nimmt es das darauf folgen da gar kein problem naja ich habe jetzt schon auf die hier eingeschlafen wir können wenn man daran denken irgendwann mal diese walze mit rennen könnte diese neuartige walze die diese löschwalze da ja löschwalze es ist eine boden walze wo du glaube ich acht oder neun oder zehn weiß ich das gar nicht genau verschiedene bodentexturen eingeben kannst das heißt du kannst auf dem feld entfällt entlang fahren und kannst theoretischen asphaltplatz bauen kiesplatz beton was du möchtest ich dachte jetzt die walze die mls ja gibt eine neue neue daten ist auch schon wieder eine woche alt aber die ist richtig gut höchst immer später mal linken kommen ja er geht sich hat genau aus mit dem mit dem feld ne ei 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 so also sonst irgendwie so ein exklusives streaming gedöns haben wir letzte folge darüber gesprochen irgendwelches equipment das sonst nicht verwendet nur für streamen usb anschluss ans wlan hätte sie dran machen weil das hat schon gelb geblinkt exklusives die gedöns da also bis auf das streaming deck was ich mir sagen wir mal gegönnt aber ich einfach mal wissen wollte ob das nicht so gut ist oder nicht ja eigentlich nicht ne ich agiere weiterhin mit zwei monitoren gut mehr passt auf den schreibtisch auch nicht drauf davon abgesehen schon echt überlegt wenn ich im dritten minibur sind wir noch müssen irgendwas dran bauen weil da oben aufs fenster prätzt darüber als der wunders der heizung ja es ist ja das hätte zwar ja es könnte und platz ja alles gehen dass auch das auch stabil steht aber dann ist der auch gefühl sagen wir mal so mehr von mir weg ja das ist dann bestimmt auch von oben nicht so geil ich bin selber du jetzt halt ja er sehe ich was halt überlegen es gibt ja monitoren die ganze nach oben drehen also klappen man sie ist ja 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 ich weiß schon ich glaube die sind die sind gar nicht so billig das war natürlich praktisch weil da kriegst kriege ich noch so links von mir kriege ich dann auch so ein monitor irgendwie hin das ist halt hier irgendwie das problem ist ich habe hier echt nichts weiter ich müsste dann theoretisch den pc müsste ich irgendwie genau hin am tisch stellen dann habe ich noch so eine komöde die ist relativ lieflich das ist aber auch kacke den gleichen schreibtisch eigentlich noch mal bestellen das wäre es eigentlich aber den gibt es nicht mehr das ja von daher nicht dazu hast du eigentlich wenn du jetzt wenn du es gerade auf dem bildschirm guckst links von dir hast du dann noch platz für einen schreibtisch quer also das ist so eine art eck schreibtisch ja ja also in der ecke geht es ja nicht links von mir geht dann ja der durchbruch zur küche und alles aber da würde noch mal ein schreibtisch dazu passen okay muss ich mich zwar immer über über den tisch hängen um ans fenster zu kommen aber das soll auch twitch zuschauer bringen oder kriegt generell zuschauer bringen wenn man sich schwer über den tisch beugt habe ich gehört aber ich lebe nicht bei mir also okay ich glaube dass ich glaube dass wir kennen sind ja theoretisch passt eigentlich wenn man es mal so hart vornimmt das steht sowieso dumm also im winter ist es ja da also eine formier sind hat meine drei fenster zum balkon dann habe ich das fensterbrett logischerweise dann darunter ist die heizung dann steht da schreibtisch spricht der schreibtisch steht schön an der heizung dran ja der pc links steht da oben bitte und über der heizung also auf dem fensterbrett 1 22 alexa ja da haben schon viel alexa gut gut das ist ja schon immer so im winter die heizung unten drunter als wir gott ist ja komplett bescheuert die wärme geht ja an den ruder und alles tralala ich will schon ich will schon sein ist nicht so geil theoretisch müsste ich eigentlich so wie ich es jetzt habe alles mal nach links mein bett ans fenster dran richtung heizung oder die couch bett kann man das ja nicht nennen ja und dann hätte ich theoretisch genug platz dann habe ich aber immer mir also immer gut hätte ich dann diese hässliche komöde oder diesen hässlichen schrank komplett da müsste immer aufgeräumt sein und alles wirst du das ist ja dann ist nächste und ich müsste mir erst mal gefühlt 10 meter kabel wähler so lange kaufen ja weil die ganzen dosen hat alles dort hier da wo ich jetzt halt bin ich habe das halt damals ich bin in die buderei gekommen habe den schreibtisch eingestellt und wieder hingestellt seit denen steht das noch seit sechs jahren da hat sich nichts geändert aber theoretisch wäre es eigentlich einfacher das alles mal um zu räumen aber ich bin halt immer noch so klar sich was schreibtische angeht ich meine das wort ihr habt mir damals gesagt es gibt welche für 6 euro und so aber das ding ist ja wie gesagt mit mit meinen schreibtisch habe ich ja damals schon gesagt also wenn ich normal sitze ich habe die beine ich muss gerade also meine knie passen gerade noch so unten drunter so niedrig ist er da ist gefühlt ich habe jetzt in gemachschaft 75 cm hat er an der höhe ja mein stuhl hat aber also den gaming stuhl den ich habe da lässt sich halt maximal auf 1 meter 10 gefühlt runterfahren sprich ich sitze halt immer viel zu hoch also auch für den rücken halt das geilste aber so ich habe mich festgefahren offiziell wollte ich jetzt gerade noch sagen ich glaube das mal kurz zusammen dass ich ja weiterkomme deswegen ich bin da halt wie gesagt für einen zweiten schreibtisch oder allgemein mal ich brauche eigentlich ich habe eh was gesehen so gaming ding riesengroß und alles 400 ocken ist das so ein höhenverstellbar einer gaming tische ja ich glaube das ding schön erst extra so für gaming halt gedacht so für e-sports gaming gaming tisch und alles aber 400 ocken wo ich mir denke alter nee das sind kabel schächte und alles mit dabei ne geile sache ohne frage sowas wie dalu hat wäre halt auch nicht schlechtes ein riesen tisch da immer keine ahnung der nimmt ecke und alles mit da sind dann auch sechs monitore drauf oder so aber ja keine ahnung was das halt alles kostet ich stelle ich mich immer relativ relativ schwer an bei sowas plus es kommt ja auch nicht zusammengebaut das ist ja klar ja aber da kannst du schon jetzt schönes video draus machen müsste ich mir erst mal als ich schraubzieher habe ich hier mich erstmal so einen akku schrauber holen und alles bin handwerklich so so begabt wie keine ahnung wie nichts okay ich bin zufrieden dass die die hier die kleiderschränke die die kleiderschränke die ich hab ja in eins gekommen sind so dass man da nichts machen müsste außer noch aufstellen weil es waren bloß drei blätter drei bretter eine schraube hat schwester ja das ist okay das geht ja also wenn du sie also wenn du sie nicht belastet ja und da ist halt immer so die sache hier aber ich kriege eine krise schrub den boom gleich weg wenn er mir weiter ich komme von der anderen seite ach oh du hast eine motorsäge gekauft richtig ja nur noch nervig ja mit dem feld drinnen die kacke schrub und einmal habe ich dich gerade weggedrillt die der nächste bunte schmerzler wahnsinnig also das habe ich doch jeder geduld so fahren wir uns das mal angucken was der red dieser macht jetzt menschen skern nein überlasse ich dir die enge die nämlich tanken an weil der kras drauf ist erkennt sie den wohl nicht mehr wirst du dann beim bei men merken ja wie gesagt live fange ich mache ich das sogar im juni einfach mal umbauen und alles das neue ist noch sechs jahren ja das ist halt nicht praktisch wird es schon besser ja doch praktisch was eigentlich schon besser als ein komisches ladenkabel da können halt es nämlich das problem ist immer wenn dann von der wohnungsgesellschaft irgendwelche typen kommen ja heizung ablesen wollen oh gott die ich vor schieben ich sag da jedes jahr macht langsam das ist ja technik die kostet im vierstelligen bereich wenn da irgendwas kaputt geht wer ist der sau naja du dich wollen dann nö das ist immer bescheuert ist fuck weil halt alles vor den heizungen steht ja ja klar es ist dann halt immer das problem hätte ich dann auch nicht mehr naja müssen wir mal überlegen es gibt ja irgendwie so von ikea gibt das level sind simulator da kannst du dir deine bude einrichten alles so alles so was das ist ein konfigurator genau 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 so konfigurator gedienst da da bleibt was stehen aber ich habe das damals auch schon gesagt wo wir ich glaube wir hatten mal bei gemeinderade darüber gesprochen ich bin tatsächlich am besten damit gefahren eine platte zu kaufen vier füße dran fertig das einfachste der Welt also die platte das ist eine küchenplatte die habe ich damals für acht euro geschossen acht euro die hatte kleine delle auf der seite die haben sie abverkauft und habe vier beine dran gemacht das ding hat keine 50 euro gekostet und hält ich habe das lenker drauf ich habe drei bildschirme drauf es liegt alles drauf ich kann sogar noch ein bisschen schreiben und habe vorne eine geil abgerundete kante weil sie eigentlich eine küchen arbeitsplatte war ich bin mal kurz gespannt wahnsinn läuft als wäre es ausgemessen ja wahnsinn also jeep es ist schon eine feine feine sache du ja 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 gut das geht natürlich auch irgendwie so eine spannplatte sollte man sich am besten nicht kümmern ja kann man machen muss man nicht machen richtig richtig ich hätte was drauf immer spannend Leute wenn die Holzklätze ja was willst du machen und dich aber nur für Papier nur für Papier nur für Papier ähm es gibt jetzt so einen neuen Trend ne alles aus Euro Paletten bauen vielleicht kannst du da was mit anfangen aber da bist du halt da musst du halt wirklich was zum Tischler sein ne damit du da was reißen kannst äh äh naja ich war doch schon irgendwo irgendwas aus Presssparen finden was auch nicht viel kostet Ikea sollte ja immer eigentlich so das beste Angebot haben ähm tatsächlich schon weil alles was ich irgendwie an Möbeln sehe hieß immer Ikea ne ich will nicht wissen wie viel Ikea alleine durch dieses YouTube Regal bis jetzt verdient hat durch dieses wie heißt das Ex-Ex-Ex-Ex-Expetit oder irgendwie weiß ich nicht genau wie es heißt naja irgendwie sowas in der Art oder aber ja tatsächlich bekommst du bei uns das Regal teilweise schon kostenlos nachgeworfen ne also wir haben ja hier bei uns äh sehr viele Studenten die kaufen sich das für ein Jahr oder zwei äh haben dann fertig studiert äh hauen dann ab in ihr wo sie dann hergekommen sind ne die kommen ja nur zum Studieren zu uns äh und verkaufen das dann oder verscheveln das verschenken das auf Facebook wie auch immer da gibts eigene eigene Gruppen für bei uns äh zu verschenken bla 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 wenn du da einigermaßen schnell bist kannst du das Ding in der Stunde kostenlos abholen irgendwo mhm das ist denn bei euch so das das gängige Studium Ding das die Leute aus dem Ausland so ist gell ja ja oder meinst du jetzt Deutschland nein 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 das ist wirklich bei uns ist äh bei uns wird sehr viel studiert also wirklich Medizin ist ganz ganz weit vorne Medizin Studium mhm äh und da kommen halt sehr viele zu uns und bleiben 2, 3, 4, 5 Jahre und dann gehen sie wieder zurück in die Schweiz nach Deutschland wie auch immer wo sie halt herkommen mhm äh die Ecke kann ich mitnehmen sehr schön haben wir fast gedacht wirst du naja ja das ging sich gerade nochmal so aus mit dem Boden hätt ich jetzt einen Anfall gekriegt ja nice zwei Folgen und äh fertig ist die das das Feldchen hier oh oh ich fahr weg oh 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 gut dann können wir morgen aufs nächste Feld gehen wunderbar äh ich hab angefangen glaube ich oder glaub ich schon ja glaub ich schon macht's gut ciao ciao Bis zum nächsten Mal.